Wenn wir jetzt unser allerletztes Lied spielen, möchten wir noch mal eins zum Aufwärmen spielen. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder ein bisschen aufwärmen. Das ist Zeit jetzt. Ich habe das Gefühl, wir sollten ein bisschen Sport zusammen machen. Also ich fühle mich nach der Show immer wie die Band namens Deine Opis. Ein bisschen schlapp, meinst du? Na ja, gut. Wir geben hier auch alles. Aber ihr solltet mir Sport machen. Habt ihr Lust auf ein bisschen Sport? Na gut. Es betrifft diesen Bereich hier. Dieser komplette Kinderbereich. Dreht euch bitte mit uns in diese Laufrichtung. Und jetzt kommt gleich ein sehr, sehr schnelles Lied. Und dann überrennt ihr die Eltern. Nein, nein, nein. Wir laufen auf der Stelle. So. Wie auf so einem Laufband, ja? Ja, genau. Aber so richtig. Wir sprinten richtig auf der Stelle. Nicht in die Eltern rein, nicht Game of Thrones machen. Nicht Battle of the Bastards. Und dann, das ist der schnelle Part des Liedes. Danach kommt der langsame und da wollen wir mit euch ein bisschen schunkeln. So ganz gemütlich. Haben wir heute noch gar nicht gemacht. Aber erst, Laufrichtung nach da. Seid ihr bereit? Ja! Okay. Essen, trinken, Hausaufgaben, Hände, waschen, Zähne, putzen, lange Bauch, ich dafür wirklich nicht. Oma küssen, danke, sagen, Tisch decken, abwaschen, keiner geht da schneller hin als ich. Zum Zeitraum auf dem Film, mein Ding aufrollen, Haare kämen, kick ich, um das Sehen zu putzen, hip, hip, hip. Ja, wenn man nicht beobachtet, dann könnte man wohl denken, dass ich einer von der schnellen Faute bin. Schon gut, du bist jung. Aber dann zieh' ich mich an. Ich glaub, ich soll mich abziehen. Und das dauert ganz, ganz lang. Mit ganz schön, rechter Fuß. Ich lass' mir Zeit. In den Hosen abnimmt. Ich träum' vor mich hin. So lange bis sie fragen, ob ich endlich fertig bin. Ich steh' ganz ehrlich. So, das hat funktioniert, würde ich sagen, mit dem Aufwärmen. Habt ihr jetzt Kraft für den allerallerletzten Song? Und da müssen die Eltern auch mitmachen. Liebe Eltern, könnt ihr auch noch? Ey, wenn ihr nicht mitmacht, wir sind nicht sauer, ne? Wir wären einfach nur sehr, sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ihr Lieben, hebt euch eure Kräfte für den nächsten Song, für den Refrain auf. Also nicht gleich von Anfang. Im Refrain, vor allem im letzten Refrain. Wollen wir alle springen sehen? Auch schon im ersten, im ersten, im letzten, in allen. Okay. Okay. Liebe Menschen, mit dem besten Musik, ich mag der Welt. Jetzt geht's los. Wir sind in der Krube, dankbar jetzt nicht sehr. Kann sich noch erinnern, gar nicht lange her. Da gab's im Wald noch Partys, da steppte hier der Bär. Jetzt halten alle Winter, schlaf und leider will ich auch hier. Wenn du nicht mehr hüpfen kannst, dann zieht ihr diesen Tag hier rein. Der Rest passiert von ganz allein. Und jetzt alles. Ja. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, Sackenwechsel, Bruder, ich kommt raus Wir sind in der Grube, fühlt sich so allein Alleine in der Grube, zieh dir das mal rein Das ist doch so nicht richtig, das soll doch so nicht sein Es grübelt und es grübelt und dann fällt ihm etwas ein Das Häschen checkt die Lage und was der Wald jetzt braucht Besorgt sich große Boxen, Plattenspieler auch Dann weckt es all die anderen, vom Biber bis zum Meer Die Grube wird zur Disco und die Tiere schreit Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Nur dann, dann ist alle wieder mal kein Bock Das interessierte hier kein Schwein Ich mag das Schwein Und alle Tiere stünden gleich mit einem Nur nicht besser Für die beiden Ruft es lauter! Oh yeah! Oh yeah! Es ist ja 's Allmamo, alle zusammen! Spern, 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 Spern!